Ok Oh Gott Komm wir haben's gleich, wir haben's bald, wir haben's bald Oh Gott Noch einmal, noch einmal, noch einmal Oh Na, komm schon, komm schon, ja Oh mein Gott Das Schlimmste hättest du hinter dir Ok, jetzt verbinden Oh Wah Shit Der Hammer, der Hammer Nein Komm schon, komm schon, komm schon Nein Nein, nein, nein Komm schon, komm schon Komm Gebt nicht auf Nein, 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 nein Nein Ich bin gestorben You are dead. Shit. Na komm schon. Nein, 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 nein. Nicht noch einmal. Nicht noch einmal. Du bist jetzt da drauf. Und in den Schädel. Und noch mal. Und noch mal, weil es so schön ist. Und jetzt gebe ich dir den Rest. Alter. Ich war nie. Und du hast mich hier raus, um zu sterben. Ho, 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 ho. Äh, ich glaube, ja. Oh, ho, ho, ho. Wie sieht sie aus? Sie schädelungskillen brauchen ein bisschen Arbeit, aber sonst würde ich sagen, dass sie gut ist. Also, es war nicht ein Lurker-Bite? Wenn es so ist, die Fever hätte bereits set in und die Temperatur hätte sein können. Ich wünsche dir nicht, was du getan hast. Was bedeutet das? Du manipulierst meine Frau. Ich habe sie geholfen. Sie ist nicht jemanden, die du nur für Hilfe kannst. Ich gebe dir die Bedürfnisse. Aber es gibt ein paar Dinge, die du musst wissen, über meine Frau. Okay. Sie ist nicht wie du. Du kannst es nicht verstehen, aber wenn du sie mit dir bist, wirst du verstehen. Wenn sie wissen, wie schlimm die Welt ist, was es wirklich so ist, dann würde sie nicht funktionieren. Sie ist meine kleine Frau. Sie ist alles, was ich habe. Und ich würde fragen, dass du sie wegst. Ich bin sorry, ich wusste nicht. Es ist okay. Du bist verraten. Aber nicht mehr Fehler. Ich habe dir etwas Essen, wenn du wirst. Wenn du wirst. Äh, was? Der scheint uns nicht zu mögen. Ich habe nur gesagt, ich bin sorry für... für ein dicker. Ich bin irgendwie aggro und... das war definitiv nicht cool. Nick hat immer wieder einmal zu gehen. Nicht gegen ihn. Ja, ich glaube, wir haben alle unsere Momente. Du hast definitiv einen da. Du war nur die Freunde. Ich verstehe. Ich habe nicht gesagt, dass ich so hart bin. Wir hatten eine schlechte Erfahrung. Wir haben alle schlechte Erfahrungen gehabt. Nick hat seine Mutter verloren. Wir haben jemanden gebeten. Es war meine Schuld. Es war niemand. Wir denken, dass wir ihn kontrollieren können. Aber wir können nicht. Und dann hat er sich gebeten. Und seine Mutter war da. Und sie hat sich gebeten. Und dann hat er nichts, was wir tun können. Anyway... Ich hoffe, du verstehst. Ich verstehe. Ich verstehe. Ja. Ja. So. Since you are... Pretty much on your own. Whats you plan? Tja, wie soll es jetzt weitergehen? Ich trinke mal nach weiter zu sehen, vielleicht... Ich trinke mich. Ich meine, ich glaube, was zu ihnen ist, was zu über alle Eltern passiert. Du bist so jung. Ich dachte, du könntest es auf deinem eigenen Leben für so lange, aber vielleicht hast du. Sie sterben. Das ist schwer. Ich, äh... Ich verloren meine Leute, auch. Hey, ich bin sorry. Ich... Ich sollte nicht fragen. Meine Eltern waren auf vacation und liefen mich mit einem Baby-Sitter. Und sie nie wiederkommen. Wir sind nach Savannah, um sie zu finden. Aber sie waren bereits tot. Wow. Ich bin sorry, dass ich das höre. Dieser Mann hat mich gefunden und hat mich gehalten. Wir haben uns mit anderen Survivoren getroffen, und wir haben alle versucht, es zu machen. Aber es funktioniert nicht. Sein Name war Lee. Er hat mich überlebt, wie zu überleben. Er hat mich überlebt, wie zu schießen. Er wurde gebissen. Er hat mich überlebt. Er hat mich überlebt. Er ist zu jung und zu stupe, um es zu tun. Er hat mich überlebt. Er hat mich überlebt. Er hat mich überlebt. Ich liebe dich, aber ich stehe da und schaue mich, und ich kann es aber nicht nur sehen, dass das Ort aufbauen ist, wie ein Beacon in den Mitteln. Ja, es ist Zeit, um in den Wald zu kommen. Geh deine Winks während du kannst, denn wir gehen in der ersten Licht. Ein paar frische Brookings für Essen? Das wäre nicht so schön. Oh, you're still here. I wouldn't get comfortable if I were you. Luke invited me to stay. Hey, good for him, but that's not how things work around here. We make decisions as a group, and you're willing to be welcomed. You got what you came here for. Now go. Okay, this is hot. How you holding up? I heard you got an earful from Rebecca last night. Once she gets going, there's no bringing her back. What's her problem? She's got a lot on her mind lately. Bringing a baby into a world like this. How far are these fish traps? It ain't much further. Anyone teach you how to shoot? By that I mean taught proper. My friend Lee taught me. That's good. It's important nowadays. Nick was about your age. First time I took him hunting. Came across this beautiful 13 point buck just standing there on the ridge line. The boy takes the rifle. He lines up the shot just like I taught him. Then I hear him start whining. He turns to me and he says, I can't do it. I can't shoot it, Uncle Pete. Please don't make me shoot it. No way. Hey! Why didn't you wait? You on us standing around while you piss on a tree? You know where the river is, boy. Anyway. So I grab the gun out of his hand before the big buck runs off. When bang! The gun fires. The boy nearly gut shot me. And of course the buck gets away. What are you going and telling her this shit for? Cause you almost blew her face off yesterday. Seems relevant. Trying to let her know it's nothing personal with you. Why are you always giving me a hard time? Because you're always giving everyone else a hard time. I apologized already. She accepted. Okay. Well I didn't know that. It's fine. He apologized. You're always trying to embarrass me. You're doing a good enough job of that on your own. Leaving us again. I know where the fucking river is. Ja Freunde, it takes me a little bit of a joke. But I'll say that you can't even say anything. But I'm still here. Hi! Haha! I wanna tell my sisters and she'd want to freeze some of me. I didn't speak to me for weeks. Sometimes you gotta play a role. Even if it means people you love, hate you for it. The social dialogue is just so long. Uncle Pete! Nick! Jesus, Mary, and Joseph. Hmm... Nicht gut. Wir leben in gewisser Hinsicht. Nun gut, dann wollen wir uns dem hervornehmen. Hmm... Check the rest, and look for ammo. We're running low. There are more out there. This wasn't no rinky-dink pissin' match. What was it then? Fubauer. Heh, I haven't met so much. Okay, okay, okay. Cool. No. Good. You'll fit right in with this outfit. Look, just keep your head on straight. Uh-oh. Same deal. We shot the pieces. Hope this isn't anyone you know. No. Good. No. Well, we'll try to stay at this side. Let's go. You check out these ones. See if there's anything on them they will tell us who they were. So what do we have to do now? The guys try to find out the same person. Let's do it. Ihre Tasche. What happened to you? You were in the woods with Krista. The woman I was with. What happened to her? Please, tell me. Tell me! Please. Come on. If it's his last wish, give him the water. What? Shit. I'm fine. I'm fine. Just lost my footing. Damn it. God damn it. He was stabbed. Lurkers! I'm out of ammo! Come this way, bitch! Damn it! Get your asses over here! Both of you! Oh man. He was stabbed. He was stabbed. I was stabbed. I was stabbed. Woah. Woah. Shit, shit, shit. Nein. Nein. Er wurde doch eh gebissen. Shit. Das nächste Mal bei The Walking Dead. Nein. Nein. What are we gonna do? Someone's outside. Someone came here looking for you. A man. What? Did he say what his name was? We know damn well who it was. Who is he? One of the guys we were with before. What's he gonna do? I can't keep going. I figured we got about four. Five more days to reach those mountains. We ain't here to rob nobody. Just relax and put the gun down man. I thought you were dead. I thought you were dead. I thought you were dead. So, Lee kann es nicht sein. Der hat sich eh vergewaltigt. Ja, natürlich. Verwandelt. Aber wer kann es denn dann sein? Nein. So. Äh. Ich glaube ich brauche mal eben einen Dolmetscher. Ich nehme doch auf. Ich nehme doch auf. Ich brauche einen Dolmetscher. Jetzt liest er. Guckt ganz gespannt auf den Bildschirm. Er will nichts sagen. 81% der Spieler haben den Hund getötet. 83% haben auch Christa zu helfen. 87% also du und 87% der anderen Spieler haben Nick als Dingens akzeptiert. Mhm. 67% du und 67% der Spieler haben den Typen Wasser gegeben. Du und 47% haben Nick geholfen. Okay. Ja, ich meine der andere war eh gebissen worden. Also von daher war es mit ihm eh hoffnungslos. Naja, das war Episode 1 von The Walking Dead Season 2. Von 5 oder was? Hm? Von 5. Ja, von 5. Ja, vielleicht geht es auch schon bald weiter. In dem Sinne noch einen schönen Sonntagabend. Ich glaube wir haben ihn noch. Ja, ja. 22 Uhr erst. Also, in dem Sinne noch einen schönen Sonntagabend. Teilzeit die Ohren steif. Bis dann. Tschüss. 1 Schmidt mit pcb tenho 2 Bis dann. anger. Schaaf. Tschüss. 5 15 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017